hallo und willkommen zurück zu fragmented mit tante hi buddy so wir haben uns gerade schon ja genau immer nur so und dann übereinander reden das ist das beste was man tun kann wir haben uns gerade abgesprochen jetzt habe ich unter der falsche tasse gedrückt ich trottel dass wir jetzt erstmal wieder bau skillen zwecks dem kleinen also nicht der kleinen kist zwecks der kleinen kiste und dem mittleren gebäude dass wir erstmal was zu verkriechen haben ich kriege hunger damage jawohl also skill ich das mal schnell bevor ich verhungere und ich habe auch noch einen punkt in dass ich mir selber was zu essen machen kann skillen geskilled so um ach so quatsch ich bin jetzt schon noch verkehrt und das jetzt hier so jetzt kann ich mir schon was zu fordern machen muss das nicht immer buddy machen sich jetzt jeder selbst der nächste hier boah das ist ja auch nervig alles ähseln anklicken so dann tue ich mal schnell was fratzen und dann müssen wir auch schon mal gucken was wir dafür brauchen aber der hunger ist echt hart hier das ist ganz schön krass auch so ich habe schon wieder zehn fleisch gefressen jetzt mit immer was die frisst also also was hat man gesagt construction wollen wir nur gleich das mittlere gebäude nehmen denke ich mal oder ja muss ich sagen acht mal ich brauche ich brauche dann acht mal also zweimal mehr ist das bloß zement wäre das nur also klatschen wir uns erstmal wir brauchen dieses proteinzeug aus diesem leuchtenden pflanzenzeug hier also wer muss das auch schon mal ernten wer ist so ungefähr wie viel du brauchst kino spot mehr pro zement einmal also achte einmal dreimal viermal fünfmal ok ich glaube ich hab's schon ja macht nichts was wir haben haben wir so willst du es gleich haben ja ich habe ich habe jetzt achte ich habe jetzt zähne ja nimm ruhig das brauchst du sowieso mehr wie ich ich hole gleich mal noch ein bisschen noch mal den zement schon mal langsam fertig gehe ich schon mal wieder runter und machen wir schon mal zement fertig ich klatsche noch so ein paar pflanzen weg damit wir noch was auf reserve haben genau weil es wird ja nicht das letzte mal sein dass wir zement brauchen was cement ja was ja zement wie ja ach so das den kalkstein brauche ich auch noch sonst ach ja verdammt ich vergaß und steine auch noch hä hä was kalkstein oder stein aber steine müsste ich in den aus versehen in den kleinen kühlschrank mit reingeschmissen haben ja habe ich auch aber ich muss erstmal ein bisschen was umtauschen hier ach so zwecks platz war ja ja also sieben brotter eins habe ich jetzt noch ist echt mal also wenn jemand weiß wie man die stacks teilen kann das wäre echt nett weil das haben wir bis jetzt noch nicht rausgekriegt das wäre super ja das ist irgendwie so ein ding der unmöglichkeit hast du jetzt platz 6 rausschmeißen oder noch nicht kann es mir geben aber ich hätte sie auch in den kühlschrank schmeißen können kann es mir geben ich habe es ja ja das waren jetzt 193 naja macht ja nichts ich mach gleich bissel zement fertig hier so aus der achte brauchen wir ja achte ja kann ja noch mal gucken sicherheitshalber und was noch ach so ich brauche bloß den zement den rest hatte ich selber was fehlt denn jetzt ein kalkstein fehlt äh ach ne ungelöster kalk entschuldigung mein fehler na passt schon alt gut alt gut sie können ein mittleres gebäude mit mit oberdach herstellen ja erst das war wieder die falsche taste als falsche taste schaubere wenn wir dann noch wollen wir dann noch kleine versorgungsstation bauen dafür bräuchten nur glas erhöhe wie kommt man dann glas stell erst mal hin und dann gucken wir mal genau aber lieber mehr so in der mitte sagst du ja ja damit ich hin wenn es geht mehr mit ich okay und wir müssen mal gucken ja dass man vielleicht noch was würde ich denn jetzt ja das ist groß macht das versuch sind sie waren also hier oder wie jetzt wo steht in die ford wo ich jetzt stehe also von wie weit ist die ford jetzt weg wo ich jetzt stehe nur nach hinten oder neben dir auch neben mir ok dann passt das ja klatsch bisschen klein aber klein hallo kommst du mal rein was ist mir kisten bauen wo man zeug einlagern kann das wäre natürlich ich muss mal gucken was für die kleinen kisten braucht ja kann ich man sonst ansonsten schmeißt du mal hier zehn kühlschränke kleine kiste klebstoff sechs mal den rest habe ich selber aber ich brauche sechs mal klebstoff und für zwei muss ich noch ein paar bäume klatschen dass ich wenigstens auf 30 loks komme also dann brauche ich zwölf klebstoff ach so da brauchst du ja ist für kleine kiste also für ich will ja gleich zwei machen ich möchte ja gleich du brauchst baumstämme was muss das habe ich mir fast schon gedacht naja da muss ich jetzt noch mal klopfen gehen hier sind 28 weil ich brauche pro kiste 15 baumstämme ja ich muss erstmal hart herstellen wieder ja ich weiß also wenn es geht verbraucht vielleicht nicht gleich alle vier naja gut mit der axt läuft das schon ein bisschen besser mit den baumstämmen hier so ach da habe ich gemacht von 28 äh ne jetzt hat er neun die gemacht wieso denn das naja ja vielleicht kaum noch ein bisschen mehr raus kann auch sein jetzt steht immer noch eine kiste ach der baue zweimal hat es für klebstoff wie viel hast du gesagt viermal klebstoff sechs für eine kiste also zwölf sechs klebstoff für eine kiste also brauchen wir zwölf weil ich will ich will gleich zwei kisten bauen zwölf klebstoff zwölf klebstoff was sagst du zu mir verbrauch nicht alles das müssen wir alles verbrauchen na dann verbrauch halt alles bin ja eh gut dabei hier mit baumstämme holen das ist ja, ne deswegen sag ich es ja weil wir brauchen zweimal harz für einmal klebstoff also sprich zwei Bäume ähm was argi lasst mich in ruhe zwölfe 24 harz na bleiben vier stämme übrig ja ist doch schon mal was ach ich habe jetzt schon mal so 36 haha ja kisten 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 na das sieht doch klein wenigstens noch was aus wenn da oben alle häuschen draufsteht crafting craft können wir noch die stäne hier mitnehmen ach die stäne und diese blöden bugs hier zwölfmal klebstoff genau hab ich einmal frei dann läuft das doch hab ich 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 na komm schon steinchen aber nehmen wir den jetzt auch kleiner mit hier mal wieder mal kalkstein gesammelt ähm hast du noch kalkstein übrig von deiner kalkstein aktion so ich komm nochmal wieder hoch so warte mal ich weiß jetzt nicht ob ich platz hab ja den hätte ich jetzt auch gehabt ähm dieser linie 137 schuss munition in der kiste die habe ich reingetan damit ich ja platz hab erstmal ach so ok ja gut gibt ja so kleine kiste kleine kiste kleine kiste die kiste steht die kiste steht und noch eine gleich rein stellen oder hier draußen den stellen ja donna machen wir uns hier so ein kleines lau über die sache so kiste ich kann dir jetzt aber nicht sagen wie viel da rein passt so eine kiste steht so eine kiste steht eine kiste steht schön zweite kiste steht ja da kann man das gelösschen machen ja also hier gehen dreimal drei also neun stück neun mal kannst du dich auskotzen hier drin man will wenig he ist jetzt auch nicht wirklich viel aber naja was heißt gar nicht besser kann ich endlich mal die electric wires rauspacken und die batterien wegschmeißen also reinschmeißen ähm genau und du wolltest ja eh elektronik machen als nächstes wollte ich electric skilln ja ja da muss ich ja auch erst wieder leveln so dann tun wir den kalkstein hier rein das eisen lass ich auch mal hier aber steine schmeiß ich hier rein das da wo ich keine ahnung hab was es ist das ist auch noch was ey das ist ja nergiswitsche hier mit dem zeug ey ja so das 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 flimmt das da das da das da das da das da das das ähm ja ja so was hast du denn jetzt dort reingetan alles gucke ruhig mal erst in die zweite kiste ja nicht dass du was decken kannst gut ich nehme erstmal einen schluck kaffee zu mir genau mach mal ach sorry falls man das jetzt gehört hat ach sorry falls man das jetzt gehört hat ach sorry falls man das jetzt gehört hat war nicht meine absicht so was kann ich mir denn als nächstes machen so was kann ich mir denn als nächstes machen also gelevelt hab ich noch nicht ähm construction also ich wäre ja echt dafür verzeihung die versorgungsstation zu machen aber ich weiß ich weiß nicht ob du schon glas machen kannst aber ich brauche glas für den scheiß schmiedehammer oder ein bett zum ausruhen naja das bett zum ausruhen kann man auch nicht verwenden sie können das sie können das verwenden um ein liegebett herzustellen äh was will ich denn damit ähm ähm ja muss mal gucken vielleicht bei bei verfeinern glas ach du scheiße glas ist level 7 verfeinern also das wird noch das wird noch ein bisschen dauern glas ist level 7 yo scharfer stab ähm ja ich würde sagen ich mache dann elektrix wegen geschützturm und level 5 also geschützturm würde mich auch mal interessieren muss ich ganz ehrlich sagen ja das stimmt da persönliche schutz äh hier gibt es eine persönliche schutzausrüstung bei elektrix level 6 tragbares schild aber ich muss sowieso dann als nächstes ähm elektrix machen weil wir brauchen irgendwann die crafting station für gewisse dinge wie zum beispiel wie zum beispiel rüstung oder sowas weil sonst können wir uns irgendwann keine neue rüstung mehr machen kannst du überhaupt schon wieder rüstung machen ja zwecks mit locker haut ach ne da hat ja das level gefehlt war das nicht irgendwie so ja hier ist noch nichts naja ich meine die rüstung sind ja erstmal zweitrangig aber digger ich würde sagen wir sind zwar erst bei 14 minuten aber ja ja trotzdem erstmal da könnten wir ja vielleicht in der nächsten wenn wir in der nächsten aufnahme session sind könnten wir vielleicht mal ein bisschen weiter weg laufen von hier wie zum beispiel richtung wüste oder richtung schnee das werden wir da wieder zurückfinden ja ja ähm wenn du mal die map off machst du siehst unsere du siehst unsere konstruktion auf der map wenn du richtig nah ran zoomst du siehst das ach so ja 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 also verlofen tun wir uns eigentlich nicht aber das wär mal mein vorschlag dass wir vielleicht mal ein bisschen weiter weg laufen ja da könnte man vielleicht sogar hoch zu aber da weißt du nicht was für Viecher wieder kommen ja ja wir haben doch wir haben doch ein bisschen Waffen und wenn wir spawnen doch hier in der nähe ist doch nicht so schlimm gut das bequatschen wir dann das nächste mal also wenn es euch gefallen hat Daumen Kommentare alles ist erlaubt ruhig konstruktive Kritik oder ein paar Tipps vor allen Dingen wie man die Stacks splitten kann oder teilen kann vernünftig richtig wenn das jemand weiß das wär echt nützlich das wär echt nützlich ja schon mal danke im Voraus und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ciao Ciao Jo Ciao Ciao bis zur nächsten Folge Danke 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 Danke